Die Wombart-Weihnachtsgeschichte Die Wombart-Weihnachtsgeschichte Die Wombart-Weihnachtsgeschichte Die Wombart-Weihnachtsgeschichte Die Wombart-Weihnachtsgeschichte Die Einwohner konnten dann Geschenke unter dem Baum abstellen, die dem König zeigen sollten, wie es dem Volk geht und wie zufrieden sie mit seiner Herrschaft sind. Befanden sich große Habseligkeiten in den Geschenken, so wusste der König, dass ihn sein Volk liebt und dass es ihm gut geht. Wie sonst sollten sie sich solch teure Sachen entbehren können? Gab es jedoch Steine, Holz oder gar Dreck, war dies das sichere Indiz dafür, dass es dem König schlecht geht, äh, dass es dem Volk schlecht geht und es den König hasst. Viele große Könige der Vergangenheit hatten ihr Reich nicht so gut unter Kontrolle und musste diesen Schmach hinnehmen, was unter anderem in furchtbaren Wombart-Kriegen enden konnte. König Rüdiger I. ist hier natürlich das beste Beispiel, vielen sicherlich aus den Geschichtsbüchern bekannt. Er herrschte vor etwa 200 Jahren über ein kleines Königreich im Süden. Es waren schwere Zeiten damals und das Volk lädt an Hunger und in seinen etwa 50 Weihnachtsgeschenken befand sich ausschließlich Dreck. Dass es vielen Einwohnern schlecht ging, war ihm bewusst, aber ging es denn wirklich gar keinem gut? War er wirklich ein so schlechter König? Als er alle Geschenke geöffnet hatte, ging der Wahnsinn mit ihm durch, konnte er die Abneigung seines Volkes doch nicht nachvollziehen. Er beschloss seinem Volk zu zeigen, wie gut es ihm doch eigentlich ging und entsendete seine Armee zum Brandschatzen der umliegenden Dörfer. Dutzende Wombats starben in diesem von Irrsinn befehligten Kreuzzug und wenige Tage später rammte sich der gescheiterte König, vielleicht aus Reue, vielleicht aus Scham, sein Schwert in den eigenen Bauch und beendete seine traurige Regentschaft. Doch genug mit den alten Schauermärschen. Diese Geschichte sollte euch nur verdeutlichen, wie viel Bedeutung in dieser alten Tradition schlummert. Der aktuelle König hatte ein solches Schicksal natürlich nicht zu befürchten, wurde er doch bisher jedes Jahr mit Gold, Juwelen und Seide überschüttet. Und warum sollte sich ausgerechnet dieses Jahr etwas ändern? Nun ja, wo waren wir? Genau, die Wombats aus allen Himmelsrichtungen strömten zur Burg und brachten ihre Geschenke. Der König selbst interagierte während der turbulenten Tage oft höchstpersönlich auf dem Markt mit seinen Untertanen. Und ab und an, da schaute er rüber zum Weihnachtsbaum, wo sich die Geschenke immer höher stapelten. Natürlich freute er sich nicht wegen den Geschenken an Sicht, hatte er doch ohnehin alles, was man sich wünschen kann. Aber dass ein Volk so glücklich mit ihm zu sein scheint und ein bombastisches Leben führt, ja, das erfreute ihn immer wieder aufs Neue. Am Tag vor Heiligabend ging der König früh zu Bett. Schließlich wartete ein aufregender Tag auf ihn. Allerlei wichtigen Termine und am Abend natürlich das große Geschenk eröffnen, welches durchaus einige Stunden dauern konnte und wo alle Augen auf ihn gerichtet sein würden. Kein ruhiger Tag, aber trotzdem einer der schönsten des Jahres. Doch wie sich herausstellen sollte, gingen nicht alle Wombats in dieser Nacht früh zu Bett. Eine kleine Gruppe von habgierigen Wombats hatte ja ganz eigenen Pläne für dieses Weihnachtsfest. Es hatte gerade Mitternacht geschlagen, da kletterten etwa ein Dutzend vermummte Wombats über eine Leiter auf die Burgmauern. Das war nicht wirklich schwer, war doch die Befestigung der Burg zu den Feiertagen sehr vernachlässigt. Der König hatte seiner Leibgarde Weihnachtsurlaub gegeben, sie sollten die Zeit lieber mit ihren Familien und Kindern verbringen. Und da es praktisch keine Kriminalität und keine Feinde des Königreichs gab, war ja auch keine besondere Vorsicht von Nöten. Eine einzige Wache saß auf der Mauer, hielt jedoch ein kleines Schläfchen und träumte von heißem Kakao und Lebkuchen. Aber was wollten die vermummten Wombats so spät in der Burg? Ein großer Wagen stand genau vor der Leiter und die finsteren Gestalten fingen an, Geschenke auszuladen und über die Leiter in die Burg zu tragen. Handelte es sich vielleicht nur um eine Dorfgemeinschaft, die noch im letzten Moment ihre Geschenke abliefern wollte? Ganz offenbar nicht, denn für jedes Geschenk, was sie unter dem riesigen Baum ablegten, nahm sie ein anderes weg. Nach einigen Stunden war die Arbeit getan und die Wombats zogen mit all den Geschenken, die doch eigentlich für den König gedacht waren, von dannen. Am nächsten Morgen merkte niemand etwas von dem großen Diebstahl. Zwar konnte man an einigen Geschenken erkennen, dass selbige nicht wirklich liebevoll eingepackt wurden, aber hatte im Weihnachtstrubel niemand die Aufmerksamkeit, um dies wirklich zu bemerken. Um Punkt 18 Uhr war es dann soweit. Der König trat auf den Burghof und hunderte loyale Wombats sübelten ihm zu, sehnlichst wartend auf das alljährliche Öffnen der Geschenke. Nach einer kleinen Ansprache an sein Volk schritt er zum mit Geschenken überhäuften Weihnachtsbaum und nahm vorsichtig das erste Geschenk in die Pfoten. Was könnte sich wohl darin verstecken, dachte er sich heimlich. Es war relativ schwer und seine Augen leuchteten. Bestimmt handelte es sich um Juwelen und Gold, seinem Volk ging es schließlich so gut wie nie zuvor. Er öffnete die Schleife und riss das Geschenkpapier auf. Doch als er den Deckel abnahm, änderte sich die Stimmung, sowohl vom König als auch von der Meute schaulustiger Wombats, schlagartig. In dem Geschenk befanden sich nur Steine, ein paar Ziegel und Schmutz. Der Schock war dem König ins Gesicht geschrieben. Doch noch dachte er an einen üblen Scherz. Oder einen übel gelaunten Wombat, der sein Leben nicht zu schätzen weiß. Nach der Schrecksekunde machte er also gute Miene zum bösen Spiel und widmete sich einem weiteren Geschenk. Wieder war er vom Gewicht beeindruckt, doch wieder fand er nur nutzlosen Unrat darin vor. Die anwesenden Wombats fingen an zu tuscheln und Unruhe begann aufzukeimen. Als auch das dritte Geschenk keine Besserung brachte, verflog der ursprüngliche Schock des Königs und verwandelte sich in eine Mischung aus Unglauben, Traurigkeit und Rage. Immer schneller öffnete er die Pakete, doch das Ergebnis war immer gleich. Ein Geschenk nach dem anderen wurde, mittlerweile durchaus lieblos, aufgerissen, bis schließlich kein Päckchen mehr übrig war. Er riss seine Arme in die Höhe und entließ einen lauten Schrei der Wut und Verzweiflung in die eisige Nacht, welcher noch in den umliegenden Dörfern zu hören war. Im Anschluss verließ er geknickt und mit gesenktem Haupt den Burghof und zog sich in seine Gemächer zurück. So hatte er sich den Abend nicht vorgestellt. Konnte es denn wirklich sein, dass er seine Regentschaft so falsch einschätzte und ihn eigentlich alle hassten? Die folgenden Tage verbrachte er alleine in seinen Räumlichkeiten und verbrachte die Zeit damit, über das Geschehene nachzudenken. Ein wahrlich gebrochener König wurde vom Weihnachtsfest zurückgelassen. Und nach einiger Zeit in der Isolation fasste der König schließlich einen Entschluss. Wenn ihn das Volk nicht mehr mochte, so war es eben Zeit abzutreten. Doch gerade als er vor seine Wachen treten und seinen Rücktritt verkünden wollte, hörte er eine tobende Meute an das Burgtor hämmern. Ein wütender Pöbel vor der Burg? Er wusste, was das zu bedeuten hatte. Offenbar sollte ihm die Abdankung noch etwas leichter gemacht werden. Und das störte ihn eigentlich auch nicht mehr. Er wies seine Wachen an, das Tor zu öffnen. Von der Traurigkeit der letzten Tage gezeichnet, stellte sich der betröppelte König den vielen, vielen Wombats, die sich auf dem Burghof versammelt hatten. Bereits sein Schicksal anzunehmen und als gescheiterter König in die Geschichte einzugehen. Doch als er sein gesenktes Haupt schließlich hob, traute er seinen Augen nicht. Die von ihm erwarteten Fackeln und Mistgabeln waren nicht zu sehen. Stattdessen hielten all die Wombats Geschenke in den Händen und auf dem Boden vor ihm kauerten ein paar in Ketten gelegte Gestalten, welche finstere Kutten trugen. König, eröffnete einer der erschienenen Wombats. Wir haben euch nicht verraten. Die Geschenke für euch waren reichlich und gefüllt mit Schätzen. Doch diese gierigen Wombats hier haben sie heimlich ausgetauscht, um das Weihnachtsfest zu zerstören und sich selbst zu bereichern. Hängt sie an den Burgmauern auf, schallte es aus der Kehle eines anderen. Lang lebe der König, riefen wieder andere. Die Bevölkerung selbst hatte nach dem Desaster des Weihnachtsabends das Ruder übernommen. Schließlich wussten die Einwohner, dass es nicht ihre Geschenke waren, die dort geöffnet wurden. Sie haben die Diebe ausfindig gemacht und dem König gebracht. Und nun sind sie auf Gerechtigkeit. Der König bedankte sich sichtlich gerührt bei den erschienenen Wombats für dieses verspätete Weihnachtswunder, ließ die Verräter in den Kerker sperren und berief eine Verlautbarung für den kommenden Tag ein. Er wollte die Nacht dafür nutzen, um über das weitere Fortgehen nachzudenken. Am nächsten Morgen war der Burghof erneut prall gefüllt. Die Bevölkerung erwartete ein erbarmungsloses Vorgehen mit den fiesen Wombats, die Weihnachten zerstören wollten. Und dann war der Zeitpunkt gekommen. Der König, noch immer gezeichnet von den vorangegangenen Geschehnissen, aber wieder etwas selbstbewusster, trat vor sein Volk. Wombats, eröffnete er. Ich bin zu einer Entscheidung gekommen, die wir mit den gierigen Dieben verfahren. Sie alle haben ihre heimtückische Tat gestanden, doch wäre der Tod keine angemessene Strafe für einen solchen Verrat. Sie sollen bis in alle Zeiten über ihre Kräueltaten nachdenken und ihr Dasein in der Isolation fristen. Und auch sollen sie ein Mahnmal für jene sein, die in Zukunft versuchen, diese Gemeinschaft Leid zuzufügen. Ab sofort wird man diese Ausgestoßenen als Tadelbatze kennen und ein jeder Wombat, der Böses im Schilde führt, wird in Zukunft ihr Schicksal teilen. Die fünster dreinschauenden Wombats wurden aus der Burg eskortiert und in einem nahegelegenen düsteren Wald alleine gelassen. Schon bald fingen sie an, dort ein paar schäbige Baracken zu errichten. Der Ort, den wir heute alle als Tadeldorf kennen. Und fürchten. Verdammt zu einem Leben in Armut und Traurigkeit. Mit Toast als einziger Nahrungsquelle. In der Burg hingegen wurde das Weihnachtsfest, wenn auch etwas verspätet, nachgefeiert. Der König öffnete nach und nach die richtigen Geschenke und alle waren glücklich und zufrieden. Und die Moral von der Geschichte? Nun die ist simpel. Habgier lohnt sich nicht. In diesem Sinne, frohe Weihnachten! Untertitelung des ZDF für funk, 2017